Leute, willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute geht es nochmal um Viper. Wenn ihr Viper nicht kennt, Viper ist eine App, mit der ihr extrem viel Geld verdienen könnt. Einfach, da ihr das Ganze sehr schön skalieren könnt. Wer dazu genauere Infos haben will, der kann dann gerne mal noch in weiteren Videos von mir vorbeischauen. Ich habe schon einige Videos über die App gemacht. Ja, heute geht es um ein Update-Video sozusagen zu Viper. Da einige Neuerungen bei Viper inzwischen aufgespielt wurden. Unter anderem zum Beispiel werden einige genau das hier, was ich sehe, auch sehen. Und zwar, da sind uns gerade die Fragen ausgegangen. Da hatten viele mich gefragt, das hätten jetzt schon mehrere Tage hintereinander. Bei manchen kommen gar keine Umfragen mehr. Und da kann ich euch eine Lösung zu sagen. Und das ist einfach, dass ihr früher bzw. an früheren Zeiten die Umfragen machen müsst. Also, die Umfragen kommen immer so zwischen 11 bis 13 Uhr raus. Und ich nehme das Video jetzt gerade hier zum Beispiel um 22.40 Uhr auf. Und anscheinend haben die jetzt so ein Zeitfenster, wo du keine Fragen mehr beantworten kannst. Das kann und damit zusammenhängen, dass vielleicht sehr, sehr viele Leute die App hier inzwischen botten. Oder ich habe zum Beispiel persönlich die Fragen immer um 2, 3 Uhr nachts beantwortet. Vielleicht liegt es auch daran. Aber die haben das Ganze jetzt eingeschränkt, dass man nur an bestimmten Tageszeiten bzw. nur in einem bestimmten Fenster, Zeitfenster, wo ein normaler Mensch auch wach ist sozusagen, dass man dann hier Fragen ausfüllen kann bzw. die Umfragen beantworten kann. Zu den Auszahlungen kann ich nur sagen, bis jetzt ist alles angekommen. Ich habe über 50, 60 Euro inzwischen ausgezahlt und es ist alles auf meinem Konto oder auf meinem PayPal-Konto gelandet. Das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt von einem aus der Community gehört, bei dem eine Zahlung aussteht bzw. zwei Zahlungen ausstehen. Bei ihm sind aber auch schon vier Zahlungen angekommen oder drei Zahlungen, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas falsch gelaufen ist, ob Viper gerade irgendwie ein Problem hat. Ich zahle zur Zeit gerade noch nicht aus wieder. Also ich habe gerade noch nichts zum Auszahlen. Hier zum Beispiel könnte ich eigentlich noch zwei Umfragen bzw. drei Tage Umfragen nochmal auszahlen. Kann ich aber jetzt leider nicht mehr, weil es schon zu spät ist. Das heißt, ihr müsst jetzt immer so ein bisschen mal reingucken, wann ihr die Umfragen macht. Auf jeden Fall, ich habe es heute probiert auf dem Handy, ging es um 11 Uhr auf jeden Fall. Um 13 Uhr wird es auch auf jeden Fall gehen. Also ihr müsst einfach gucken, dass ihr jetzt sozusagen immer so ein bisschen auf die Tageszeiten guckt, wann ihr hier bei Viper was macht oder was machen könnt. Zu den Geo-Fragen, wer da mal irgendwas zu weist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mal irgendwie in die Kommentare schreibt. Ich habe hier bis jetzt noch nichts bekommen. In den FAQs bei Viper steht, dass wenn du zum Beispiel in einem Geschäft bist, keine Ahnung, irgendein Geschäft halt, irgendein Discounter, dass dann da Fragen aufploppen können und dann fragen die dich, wie viele Tomaten so oder so noch in der Theke sind. Sowas kommt dann bei Geo-Fragen. Diese werden aber extrem gut vergütet. Das steht auch in den FAQs drin. Da bekommt man wohl nochmal einiges mehr als mit den normalen Fragen. Konnte ich bis jetzt leider noch nicht testen. Ja, werde ich vielleicht mal in Zukunft machen, aber mein Hauptfokus liegt eigentlich hier auf Viper an sich. Ich habe das natürlich auch noch schön skaliert. Konnte jetzt natürlich in den letzten Tagen nicht mehr so viel machen, beziehungsweise meine Einnahmen sind so ein bisschen runtergegangen. Einfach, da ich eigentlich immer eher abends zu sehr oder relativ späten Zeiten immer Viper gemacht habe. Das geht jetzt nicht mehr. Wie gesagt, deswegen guckt immer so zwischen 11 beziehungsweise zwischen 10 und 16, 20 Uhr werden ja auf jeden Fall die Fragen freigeschaltet. Ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Update-Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen. Wenn du nichts dazu Viper verpassen willst, nicht mehr zu neuen Apps, mit denen du wirklich Geld verdienen kannst, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Das war es jetzt aber erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.